Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Kann man das essen? Es schmeckt schrecklich, aber wenn man nichts anderes zu essen hat. Gut, und bald kommen... Ja, es kam schon das neueste FIFA-Highlight übrigens. Oh, was heißt Highlight? Das Challenge gegen Julian. Ja, bei mir. Bei Julian erstmal und die zweite Folge kommt da bei mir. Wir brauchen definitiv eine Kiste und wir haben kein Holz. Und wo finden wir das? In der Beschreibung! Wieder einmal. Und? Gut. Auch der vielleicht wird schlechthin... Du kannst jetzt auch mal Rüstung machen, ne? Was ist das denn hier? Waren die vorher da? Nee, nee, das war vorher nicht da. Ich kenne jedenfalls keine Spielmechanik, die so ist. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Ja, das war doch vorher nicht da. Nee, nee. Doch, jetzt langsam merke ich es auch. Und der ist im Wasser, der Idiot. Ja, geh doch ins Wasser mit dem. Der kann auch explodieren. Muss aber nicht sein. Will ich gar nicht. Das Haus sieht aber gar nicht so schlimm aus, wie man mal erst denkt. Naja. Ja, wegen der Umrandung. Wachst doch mal, Idioten. Wachst. So, wachst und gedeiht. Eure Beine. So, hier oben ist die Werkbank und hier unten ist... Oh. Gut. Acht Kuppa. Hm. Ach, ich brauche Holz. Dafür bin ich hier. Ja, weil ich keinen Platz mehr habe sonst. Ah. Okay, hier ist wirklich kein Monster mehr. Mal sehen, ob hier so ein... Okay, das war keine unterirdische Höhle. Hier kommen schon Büsche. Ich weiß immer noch nicht, welcher Busch mich hier irgendwie... He. Da vergiftet halt am Anfang. Oh. Sonst hättest du jetzt nur einen halben. Äh. Ja. Aber nein, diese scheiß Giftpflanze muss natürlich wieder... Du sammelst das Holz übrigens nicht an. Das ist mega... Nee, jetzt kann er wieder das scheiß Bernstein. Aber... Das reicht ja auch noch nicht. Wie eine scheiß Fliege hier. Ach Gott, Fliegen habe ich oft hier. Hallo. Besser Fliegen als Fliegen, Schiss und Fliege... Richtig. Besser Fliegen als Fliegen, Schiss und Fliegen, Schiss, Schrift. Jo, pfff, Gesundheit. Ja, Julian hat eine wunderbare Schrift. Jetzt mach endlich mal was aus Schlappen. Ja, höchstens die Schallplatte. Entschuldige Blätter jetzt sofort. Was war da hinten? War das Kies oder... Ja, das ist Kies. Ja, da wär irgendwie... Das ist das denn da unten. Was, wo? Das ist Leben, ne? Ja. Das hier da unten. Das sind hinten Fische, okay. Alle machen mir Angst hier. So. Gut, also die Herzen... Ja gut, da muss man sich jetzt keine Sorgen drum machen. Wie schon oft gesagt. Und... Ah, wir müssen echt Gold finden. Mal setzen wir uns von einer Ferne aus. Diese komischen, anders... Ach, Fliege? Alter. Ich hab's doch gesagt. Dann schlag da drauf. Schlag jetzt auf dein Headset. Nein! Dann wird sie eben schnell weggescheucht. Ähm... Ich bin unbezahlbar. Oh, ho, ho, ho. Nein. Klischee. Nein, nicht Klischee. Aber so standardmäßige Facebook-Sprüche. Ähm... Die stehen dann immer im Titel und die Seite lag jeder und keiner will sie eigentlich Neuigkeiten von denen haben. So ist das immer. So. Genauso wie Döner. Was? Ich mag Döner, aber die Seite ist scheiße mit dem ganzen... Ach so. Das und das kaufen und... Ja, es ist macht ne... Ja, es ist einfach dämlich. Willst du die Kiste gleich mal aufstellen? Ja, jetzt. So. Gut, weg mit dem Zeugs. Das können wir ein bisschen ausweiten. Mit gar Glas. So, ähm... Ausgeweide. Dämliches Ding. Der hockt auf meiner Nase, ey. Dazu passt hier jetzt dieser Witz. Nein! Ich hab... Äh... Ich glaub meine... Fünf Wochen vegan sind gescheitert. Habe gerade eine Fruchtfliege verschluckt. Gut, dass hier Dings übrigens Algen war. He. Finde ich auch cool. Dass Algen nie aufgefallen war. Gut, wie auch. Du kannst endlich den geilen Stein aus diesen einen... Dinger machenden irgendwo aufstellen. Ach so. Block of Appetite. Mal sehen, ob er so als Schutzschild wirkt. Höchstwahrscheinlich, glaub ich. Ja, meinst du? Ach Quatsch. Nee, denk ich nicht. Aber so als Mahnmal. So wie das tolle Fallloch. Wie Megaprojekt Dena. Äh... Lass mal beweisen, wie toll man ist. Dena hab ich auch deabonniert. Ja, hast du Dena deabonniert? Ja. Dena abonniert. Also ich hab ihn gar nicht erst abonniert, glaub ich. Weil das äh... Ich guck schon von so viel... Das war ziemlich geil mit dem Stoziopathen. Formel 1, das war schon ziemlich geil. Ach so, das war ja mit dem, ne? Mhm. Stozio hat auf. Ja! Mhm. Da fallet doch so viel Potenzial. Das ist wahrscheinlich... höchstwahrscheinlich. Warum? Gründe? Ja, ich glaub Abi und sowas. Ach ja. Ach, ist er noch, ist er noch so? Ja, ja. Das hätte er schon sowieso gemacht. Und... Ah, ha! Shuffle ist umgezogen. Jo, das hab ich gemerkt. Das war ne Mahlen-Video war am besten. Ja. Ja, war toll großartig hier 16. August oder was? How to basic draw a stickman. Und dann, dann, dann war doch, das war doch nur jetzt das Video mit, äh... Mit... Mit Leo oder wie, oder der zu Gast war dahin sein. Aber warum würde die ein bisschen darüber geschwätzt haben oder wie? War da was? Also ich hab da gar nicht gesehen, weil ich hab... Sonst gab's da, glaub ich, kein großer... Ja, ich dachte mir schon, das könnte es kaum gewesen sein. Aber naja, anscheinend schon. Ja. Pss. Großartig. Dafür auch immer den Termin anzugündigen. So, jetzt bitte mal was aus Schlamm machen. Ha, ich mach... Keine Ahnung. Schlammschuhe. Ne, mach mal ein Schlammschwert. Oder eine Schlammspitzhack und dann guckst du mal, wie viel die hält. Ha, meinetwegen. Ja. Jetzt freut sich klein Julian. Ähm... So. Muddy Pickaxe. Mal sehen, ob die gut ist. Wahrscheinlich wieder so arschschnell. Oh. Ich hab so ne Befürcht... Oh, ich... Dann halt nicht. Das ist jetzt regulär. Da ist ein Reinfall hier. Ja, lohnt sich das. Das kann doch nicht sein. Boah. Das kommt sofort ins Loch. Deiner Mutter. Nein. So. Weg damit. Das ist wirklich der letzte Müll. Das kommt hier hin. Erde können wir auch mal hier lassen. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Apple auch ganz wichtig da lassen. Leder. Ja, Eisenrüstung geht ja noch nicht. Ja, also wie gesagt, in der Beschreibung natürlich einmal den Link zu meinem Kanal und eben zu dem Video. zu dem 50 Abonnenten Special oder 60 war es noch oder nicht? Das war 50. Okay. 50 Abonnenten, da haben wir so lange drauf gewartet, das endlich senden zu können. Ja. Und jetzt... Jetzt geht's etwas schneller. Okay. Hier sind noch zwei. Wo war der Mittelpunkt hier? Und ebenso zu dem Julian von Hendrik FIFA 3. Ja, das kommen auf die Links. Da haben wir auch einige Links in die Beschreibung getan zu dem anderen Special. Ja. Ja. Meinst du mich noch? Okay, das war's jetzt nicht mit dem Zeugs. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt mit Schalke gegen Bremen gespielt. Also ich bin Schalke, Hendrik war Bremen. Und ich... Spoiler Allah. Aber trotzdem ist es ja spannend gewesen, das Spiel. Also das war schon spannend. Ja, das war schon spannend. Also... Spoiler Allah. Ja, meinetwegen. Ja, war ja wirklich jetzt so. Ja, ein bisschen. Ich mach dir mal Rüstung, also Rüstung, ja. Das reicht ja noch nicht. Du kannst ja, musst ja nicht die Komplette jetzt machen. Und deswegen so lange in den Ofen gucken und warten. Es reicht aber sonst noch nicht. Wie, was? Es fehlen noch fünf. Wie, was, fünf? Für die Rüstung. Ja, du... Ich sag ja, du musst ja jetzt nicht warten bis... Bis... Ich will sie schon komplett machen. Und deswegen so lange warten. Da kannst du dann schon mal craften in der Zeit. Ja, gut. Klar. Natürlich. Etwas hat man dann Inhalt. Klar. Gut, dann... Machen wir das schon mal. Direkt zwei am besten. Die Hose. Für die reicht es gerade noch. Boah, hat sich auch total gelohnt. Gut. Gut. Das ist schon gut jetzt. Ja, wenn wir das jetzt hier länger überleben, wird daraus eine Serie. Was ich nicht glaube. Also irgendwann müsste ja irgendwann schon Schluss sein. Nein. Aber es ist nicht so wie Hardcore Knight. Mehr. Julian. Die Toren schon abgerutscht da. Ja, super. So, gut. Okay. Haben wir jetzt Tüchen. Und das reicht erstmal schon für eine gute Rüstung. Ohoho. Danke, Boss. Jo, doch. Also für die Serie... Nein. Es gibt auch null Schafe. Aber richtig keins gesehen hier auf unserer Reise hier. Aber auf der Karte nirgendwo. Ach, Spinnen. Oh, ne. Das ist richtig scheiße. Zwölf Spinnen abzumurksen. Ja, dann müssen wir erstmal nach Diamanten suchen, würde ich sagen. Und eventuell auch nach Obsidian. Nimm mal einen Eimer am besten mit. Was soll jetzt noch reichen? Einen Eimer, meinst du? Ja. Du hast wohl genug Wasserlöcher, um dann... Ja, diese Wasserlöcher, klar. Da kann ich das auch ablöschen und manche Monster wegschwimmen. Ist aber auch sehr gefährlich hier. Mhm. Dann kommt mal hier eine Fackel hin. Na ja. Dann kommt auch ums Haus ein paar Fackeln. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nein. Spring mal rein. Das ist gar nicht richtig. Das sind solche Pfützen einfach. Habe ich von gehört. Aber das waren... Genau die waren das. Okay, dann... Ja, irgendwie schon. Oh, der Wasserlöcher sieht aber gut texturiert aus. Ähm. So, dann gehen wir jetzt wieder nach unten. So. Okay, den Rest können wir hier noch abfangen. Und... Ja, also wir sind ziemlich weit nach unten gegangen hier. Aber die Monster, die können es mal... Ja, nicht unbedingt gut, aber... Müsst ja noch ein bisschen braten. Aber Kohle muss ich auch wieder... Eigentlich gewinnen. Müsst schon viel. Hoffentlich. Dann machen wir mal einmal... Ja gut, okay. Kann man jetzt hier zweimal machen. Dann ist der Quatsch schon vorbei hier. Joa, Lederrüstung. Kann man auch nichts mehr draus machen, glaube ich. Oder? Kann man mal gucken. Naja, okay. Doch. Mit einem Redstone Comparator. Amber Perry dort. Ja, die haben wir alle gesammelt. Das kann man... Kann man noch was draus machen? Kann man gar nicht herstellen. In diesen anderen komischen Block. Slimy Mud. Was der wohl losbringt. Was gut war, war bei... Extra Vimes in diesen... In diesen Small Jungles. Fail beim Laufen, bitte. Ja, ja, warte mal kurz. Bei Extra Vimes... Julian, du machst keine Haare jetzt. Beim Extra Vimes war es gut. Da konnte man den Treibsau neben das Haus platzieren. Und dann sind die Monster da alle erstickt. Das könnte man hier auch gut anwenden, wenn es drauf wäre. Leider sind dann auch meine zwei Katzen sind da drin versunken. Äh, Kühlbar. Nepp. Jo, legen wir es drauf an. Ja, der ist bestimmt hier unten. Ah, jetzt. Jetzt. Ja. Ich will ihn langsam zerstören, ehrlich gesagt. Der schießt ja auch nicht nach oben, glaube ich. Ja, schon. Ja, er schießt... Ja, der ist immer noch... Der, der, der... Wasser. Da, 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 da. Wirst du weggeschwimmt? Ja, da ist er. Der wurde nicht weggeschwimmt, oder? Der hat sich genau unter dem... Befunden, befanden. Na, das kommt auf keinen Fall, geht das. Da komme ich auch nie im Leben dran, aber ich muss eine Etage tiefer. Nö, ihr wollt nicht mehr, ne? Alter, das war aber... Es ist einfach dämlich. Ich will nicht wissen, wie viele das sind, aber... Keine Ahnung, da dreht sich wie so ein Kack. Sieht aus wie ein Skelett, irgendwie. Aber es ist definitiv... Vielleicht ist auch ein Files-Spawner daneben. Das hier ist nur ein Skelett-Spawner. Weg, ihr Scheißfliege. Naja, also da, da will ich jetzt erstmal nicht drauf anlegen. Hm. Vielleicht auch mal hier weitergraben. Wir müssen ja nicht immer direkt zu unserer Stelle zurück. Ja, Diamanten werden schon nicht verkehrt. Also da, da mit dem Schwert... Lapis, naja. Auch nicht der Hauptgewinn, können wir uns wieder dekorativ irgendwo hinstellen. Ja. Aber es gibt Level. Ja. Zaubern wir auch nicht schlecht. Das sind sogar die seltensten Scherben, die es gibt, aber die bringen uns wirklich gar nichts. Hier und heute. Gibt ja auch ein Level, aber das bringt uns ja noch nichts. Ob wir jemals zum Verzauberungstisch kommen. Auch eher fraglich. Lalalala. Oh mein Gott. Hier war wieder Lava. Der Jörg. Ich baue dich eben mal ein paar Etagen hoch. Ich baue dich eben mal ein paar Etagen hoch. Ja, unser Leer war es doch. Können wir da auch wieder einen Block? Ah, da gibt es immer nur einen draus, leider. Ja, eigentlich müsste er ja hier sein. Okay. Ein Lava-See, nicht? Na toll. Nein. 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 Wir müssen spawnen hier noch direkt das nächste Vieh. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Diamanten. Ja. So, was jetzt auch nichts ist. Muss jetzt nicht sein, unbedingt. Wir sind jetzt hier auf 22. Da graben wir uns wieder ein bisschen runter. Also, ich will jetzt mal auf Ebene 11 gehen. Ja. Weil, wenn kein Gold... Gold gibt es auch auf 11 ungefähr. Nicht so viel natürlich, aber... Okay, Kohle. Hauptsache, die haben wir hier gefunden. Die Spitzhacke haben wir trotzdem nicht genug Eisen für. Aber immer ein bisschen Kohle. Das ist schon mal sicher. Puh, das ist ja auch nicht ganz einfach. Hier bei den... Warte. Puh, Pidi. Äh, Pidi. Du hast gerade Puh gesagt. Ja, ne, ne, es ist nicht gerade... Mit so viel Verzögerung war das sicherlich noch witzig jetzt. Ja, 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 klar. Ganz sicher. Mach dir keine Sorgen. Ach, gut. Oh, ne, 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 ne. Ich will nicht, dass ihr irgendeiner spawnt. Ja, wenn doch. Ja, dann... Wenn schon, wollte ich eigentlich sagen. Ja, wenn doch. Ja, wenn doch. So. Naja, das ist... Nicht, dass wir wieder irritiert werden, wenn da irgendeiner auf dem Radar ist. Natürlich spawnen die auch eher weniger in diesen Löchern. Boah, gibt's eine mega Schlucht. Wir sind... 10. Ja, ich bin die 15. Oh, oh, oh. Ähm... 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11. 12.